Ja, grüß euch, liebe TT-Wanderinnen und Wanderer. Ihr wisst ja bestimmt schon von der Zeitung her, unser nächster Wandercup findet im Fliers Landeck statt. Und da sehen wir uns wieder. Wir haben ein bisschen eine Änderung. Ihr wisst ja, wir haben momentan das ganz große Problem mit dieser Geschichte Covid. Und die Fennetbahn, die darf momentan nur 40 Personen befördern. Und jetzt haben wir uns dafür entschlossen, dass wir die Experten mit dem Sessellift aufschicken, weil die haben meistens nie Höhenangst. Und die Familienroute wird ganz normal über den Fennetbahn hinaufgeführt. Und was aber ganz wichtig ist für euch bitte, ihr kommt alle nach Fliers. Und von dort habt ihr dann einen Shuttle zurück zur Fennetbahn für die Familien. Und die Experten, ich wiederhole es einmal, vor allem im Sessellift hinauf auf den Fennet. Und von dort an starten wir alle beide Wanderungen. Und wir treffen uns dann wieder unten am Sparplatz im Fliers und feiern dort unser Familienfest. Ich freue mich auf euch und ich zähle auf euch. Nicht vergessen, bitte nächste Woche am Fennet. Danke. Danke.